Das muss ja ein katastrophaler Starship-Start gewesen sein, wenn man die Überschriften der News-Beiträge als Basis nimmt. Ja, bei manchen fragt man sich, ob die Redakteure oder wahlweise auch die KI den Start überhaupt gesehen hat. Macht nix, wir waren ja live dabei und mittlerweile gibt es ja sowohl offizielle Statements von SpaceX und der NASA als auch viele sehr gute Analysen aus der kundigen Community. Das und noch mehr schauen wir uns also heute an und geben einen Ausblick, wie es denn jetzt weitergehen könnte. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Bevor wir in die Detailanalyse gehen, hier die Schnellzusammenfassung. SpaceX hat die größte und leistungsstärkste Raketen fliegen lassen, die je gebaut wurde. Noch nicht in den Orbit und noch nicht auf den eigentlichen geplanten suborbitalen Kurs, aber über die Grenze des Weltraums und im Vergleich zum letzten Start definitiv ein gewaltiger Sprung. Die 121 Meter hohe Starship-Rakete hob mit sämtlichen 33 Raptor-Triebwerken am 18. November ab. Und bis zur Stufentrennung konnte man keine Ausfälle an den Triebwerken beobachten. Ja, und da wären wir beim Highlight mit Sicherheit die neue Stufentrennung. Im Hot-Staging, das heißt der heißen Stufentrennung, hat sich die Oberstufe von dem Erststufenbooster getrennt. Das erste Mal, dass so etwas erfolgreich bei einer Rakete dieser Größe demonstriert wurde. Ja, und die Stufentrennung scheint erstaunlich gut funktioniert zu haben. Innerhalb von einem halben Jahr wurde dafür neue Hardware entwickelt, gebaut, getestet und schließlich erfolgreich geflogen. Das sind schon sehr beeindruckende Fähigkeiten, sowohl beim Engineering als auch bei der Fertigung, die SpaceX da aufgebaut hat. Ja, nicht nur der Booster, auch die Starship-Oberstufe scheint grundsätzlich für ihre Aufgabe geeignet zu sein, auch wenn das Starship seine Zielflugbahn bei diesem Flug noch nicht erreicht hat. Noch wissen wir nicht, was zum Verlust der Oberstufe geführt hat, aber wir können, denke ich, davon ausgehen, dass SpaceX das Problem finden und lösen wird. Aber schauen wir uns das Ganze mal im Detail von Anfang an an. Kurz nach 12 Uhr MEZ, also unsere Zeit, wurde der Start des Betankens bekannt gegeben. Die Tankfarm, die war den ganzen Morgen schon kräftig am Dampfen und machte den Start für uns Außenstehender mit jeder Minute wahrscheinlicher. Mit etwa 4.600 Tonnen Treibstoff wurde die Rakete betankt. Das ist grob so viel wie 370 Elektron-Raketen. Nach der Falcon 9 von SpaceX ja die meistgeflogene kommerzielle Rakete zurzeit. Wegen der tiefkalten Treibstoffe ließ sich der Betankungszustand auch sehr gut an der Außenseite des nicht isolierten Boosters verfolgen. Der offizielle SpaceX-Livestream, der begann um 13.25 Uhr unserer Zeit. Ab da lief der Countdown dann ohne Zwischenfälle wie ein Ohrwerk herunter. Wurde lediglich 41 Sekunden vor einem möglichen Start kurz angehalten. Laut SpaceX ist es möglich, die Rakete bis zu 30 Minuten in diesem Zustand startbreit zu halten. Dem Livestream-Kommentar zufolge waren die Oberstufentanks noch nicht auf Betriebsdruck, deshalb das Anhalten. Ja, diese Haltezeit, die dauerte nur etwa zwei Minuten, dann wurde der Countdown aber einfach fortgesetzt. Und dann kam das, worauf wir alle gewartet hatten. Am 18. November 2023 hob die gesamte Starship-Rakete um 7.02 Uhr Ortszeit zu seinem zweiten vollintegrierten Testflug ab. Ziemlich interessant, wie SpaceX die Raptor-Triebwerke kurz nach T gleich Null gestartet hat. Hier gab es offenbar ein Zinssequenz-Gruppenschema. Dabei wurden dann sternförmig immer fünf Triebwerke annähernd gleichzeitig gestartet. Ja, bei der Saturn-5-Mondrakete, da war das Intervall zwischen den Zündungen jedes der fünf F1-Triebwerke übrigens 200 Millisekunden. Ja, und warum macht man das bei flüssigen Raketentriebwerken nicht gleichzeitig? Ja, man möchte zum Beispiel nicht, dass durch das gleichzeitige Einschalten der Triebwerke und die enormen Massenströme ein sehr dynamisches Verhalten ausgelöst wird. Denn das kann Dampfblasen in Zuleitung zur Folge haben, Bauteile durch temporären Überdruck zerstören, Vibrationen an den unterschiedlichsten Stellen erzeugen oder einfach die Zündsequenz abwürgen. Mein Kumpel Felix von Whataboutit hat in seinem Video die aktuell kursierenden Massenstromwerte zitiert. Offizielle Werte gibt es da, meine ich, noch nicht. Sollten die Werte für Schub und Effizienz für die Raptor auf der SpaceX-Webseite stimmen, dann sollte es rein rechnerisch über 23 Tonnen Treibstoff sein, die da pro Sekunde durch die 33 Triebwerke ausgestoßen werden. Zum Vergleich, die 5F1-Triebwerke der Saturn V haben 13 Tonnen pro Sekunde gesoffen. Da machen sich dann die deutlich effizienteren Raptoren dann doch bezahlt. Die können mit 10 Tonnen Treibstoff pro Sekunde mehr und 7590 Tonnen insgesamt mehr als doppelt so viel Schub erzeugen wie die Saturn V mit 3460 Tonnen. Für mich ganz ehrlich, eine kurze Schrecksekunde, als das Starship dann deutlich geneigt den Starttisch verlassen hat. Ähnlich sah das ja auch beim Start am 20. April aus. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Bewegung die Rakete schon sehr früh im Startablauf von der Startinfrastruktur wegtragen soll. Ein guter Punkt, um nochmal zu realisieren, da fliegt ein 5000 Tonnen schweres 120 Meter Hochhaus gen Himmel. Völlig verrückt. Ja, und schön anzusehen, das Abgas der Rakete erzeugte zusammen mit dem Wasser des neuen Deluge System ein sehr gleichförmiges Bild unten am Boden. Das Ganze sah auch deutlich sauberer aus als beim ersten Start. Ein erstes Indiz dafür, das Pad wurde nicht von einem Fels-Tornado verwüstet. Wie beim ersten Start, aber dazu später noch mehr. Ein kleiner Wermutstropfen. Schon während der ersten Flugsekunden konnte man beobachten, wie da vereintet Hitzeschutz-Kacheln der Oberstufe keine Lust mehr hatten und sich ins Abgas verabschiedet haben. Da war eigentlich schon klar, die Starship-Oberstufe, die wird den Wiedereintritt nicht überleben. Die Kacheln, die sollen aber bei Ship 25 noch recht sporadisch und vermutlich eher aus optischen Gründen angebracht worden sein. Für kommende Starship-Oberstufen wird wohl ein vollständiger Additionstest jeder einzelnen Hitzekachel durchgeführt. Also ob die richtig gut halten. Mein erstes richtiges Aufatmen dann bei T plus 50 Sekunden, als die Durchsage aus dem Missionskontrollzentrum ertönte, dass die Telemetrie nominal, also wie geplant verlief. Das konnten wir eigentlich auch live selbst beobachten, denn sowohl die eingeblendete Booster-Telemetrie zeigte alle 33 Raptor-Triebwerke in Betrieb an und auch die immer wieder eingeblendeten Detailaufnahmen ließen 33 Leuchtpunkte für 33 Triebwerke klar erkennen. Und gut sah das beim Starship dieses Mal aus. Viel klareres Abgas, keine stotternden Triebwerke oder Explosionen. Ja und viele bewunderten stattdessen die Mach-Diamanten. Im Abgasstrahl aller 33 Triebwerke kombiniert konnte man ganz klar mehrere helle Bereiche erkennen, die sogenannten Mach-Diamanten. Dieses Phänomen, das kennen wir ebenso von einzelnen Triebwerken und hat mit Schockfronten im überexpandierten Abgas zu tun. Dazu gern mein Video über Triebwerksdiesen schauen, das verlinke ich euch unter dem Video. Kurz vereinfacht gesagt, alle 33 Raptor-Triebwerke zusammen müssen eine gemeinsame Abgasströmung generiert haben, die so homogen war, dass sich eben diese Mach-Diamanten bilden konnten. So als wäre es ein einzelnes großes Triebwerk. Definitiv ein Qualitätsmerkmal der diesmal hervorragend arbeitenden Raptor-Triebwerke. Während des ersten Starts am 20. April, da waren ja schon nach einer Minute vier Triebwerke ausgefallen. Wäre das noch auf der Startrampe passiert, dann hätte die Flugsteuerung den Start sofort abgebrochen. Damals waren die darauffolgenden Fragen nach der Zuverlässigkeit der Raptoren nicht ganz unberechtigt. Heute sieht die Situation meiner Meinung nach ganz anders aus. Klar kann es Glück gewesen sein, aber bei so vielen Triebwerken, die während des Aufstiegs durchgängig homogen gefeuert haben, halte ich das doch eher für unwahrscheinlich. Der nächste Meilenstein war dann Max-Q. Dieser Punkt, der wurde bei T plus eine Minute und sechs Sekunden erreicht. Max-Q, das ist der Punkt, an dem die Rakete die maximale Strukturlast aus dem Fahrtwind ertragen muss. Hier hatte ich mir wenig Gedanken gemacht, da schon beim ersten Starship-Flug eigentlich klar war oder der Eindruck erweckt wurde, dass es für eine Rakete doch ziemlich massiv gebaut ist, was ja durchaus Sinn macht, wenn man die Rakete nicht nach jedem Start wegwerfen möchte. Dass dieser zweite Flug schon mal nicht in die Tonne gehört, sondern eine Verbesserung zum letzten Start darstellt, das war spätestens 90 Sekunden nach dem Start klar, als Geschwindigkeit und Höhe des ersten Fluges deutlich übertroffen wurden. Dem folgte das nächste Highlight, das kontrollierte Abschalten von Booster-Triebwerken. Ganze zwei Minuten und 40 Sekunden hatten die Booster-Raptoren bis jetzt schon gefeuert. Laut SpaceX haben alle 33 Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters zum ersten Mal während des Aufstiegs eine volle Brenndauer erreicht. Bei T-Plus 2 Minuten und 40 Sekunden begannen die Triebwerke sich dann in Gruppen von 5 abzuschalten. Das hatte schon krasse Science-Fiction-Vibes meiner Meinung nach. Dagegen sehen die Stufentrennung von Space Shuttle und SLS aus wie Dampfmaschinen. Nachdem die meisten Triebwerke in 5er Gruppen abgeschaltet waren, hatte SpaceX angekündigt, dass man die drei verbleibenden zentralen Booster-Raptoren auf 50% ihres Schubs drosselt. Hier konnte eine Veränderung des Abgas- oder der Dampfwolken um den Booster beobachtet werden. Scott Manley hat als Ursache der Dampfwolkentreibstoff ausgemacht. Halte ich nicht für sehr plausibel. Hauptventile zu und wenn nichts schiefgelaufen ist, dann kommt da auch nichts mehr raus. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich da vielleicht um das CO2-Feuerunterdrückungssystem handelt. Das spült permanent CO2 nach außen und da die Beschleunigung geringer wurde, steht das Darschel praktisch in seiner CO2-Wolke. Daher dann der Dampfeffekt. Aber das nur eine Vermutung von mir. Dann kam die heiß erwartete Stufentrennung. Während des sogenannten Hot-Stagings wird die zweite Stufe gezündet, während die Triebwerke der ersten Stufe noch brennen. Oder ein Teil dieser Triebwerke und die beiden Teile miteinander verbunden sind. Also Oberstufe und Booster. Hauptvorteil ist etwas mehr Performance, da nie aufgehört wird Schub zu geben. Ein weiterer Vorteil ist, Booster und Chip erfahren weiterhin positive Beschleunigung. Das sorgt dann dafür, dass auch in beiden Teilen die Treibstoffe am Boden der Tanks bleiben. Gerade im Booster sind ja die Tanks fast leer und würde es keine Beschleunigung geben, dann würden die Treibstoffe oder die Treibstoffreste in der Schwerelosigkeit nur wild durch die Gegend wabbern. Da der Booster die zentralen Triebwerke aber nie ausgemacht hat, ist auch für das folgende Flip-Manöver Treibstoff an der richtigen Stelle am Boden der Tanks. Weiter ist ein hydrostatischer Druck aus der Beschleunigung in den Zuleitungen, was das Anwerfen der Turbopumpen begünstigen dürfte. Also von den Triebwerken, die dann nachträglich noch angemacht wurden. Ein weiterer Vorteil, die drei zentralen Raptoren, die müssen nicht erneut gezündet werden, weil sie eben durchgängig feuern. Scott Manley hat sich die Telemetrie Frame für Frame angesehen und man konnte klar an der Geschwindigkeit sehen, wie der Booster auf drei Triebwerke geht und die dann noch auf 50% Schub reduziert werden. Dann zünden alle sechs Triebwerke der zweiten Stufe, wobei die Meeresshemen-Raptoren am Anfang ganz nach außen gerichtet sind, um nicht direkt auf die Booster-Oberseite zu drücken. Kurz nach der Stufentrennung fahren diese mittleren drei Raptoren an der Starship-Oberstufe dann in die Mitte, um den maximalen Schub in die richtige Richtung zu erzeugen. Für mich sieht es so aus, als hätte der neue Hot-Staging-Ring den Booster vor dem Abgas geschützt. Über den weiteren kurzen Booster-Flugverlauf waren am Boosterkopf zumindest keine Lecks sichtbar. Auch die Triebwerkssektion der Starship-Oberstufe wirkte direkt nach der Stufentrennung weitestgehend intakt. Ob das vorzeitige Ende der Oberstufe dann im weiteren Flugverlauf mit der Stufentrennung zusammenhängt, das wissen wir aktuell noch nicht. Gehen wir zurück zum Booster. Nachdem das Starship vom Booster getrennt ist, kann man ein schnelles Absinken der Booster-Geschwindigkeit ausmachen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies durch das Abgas der sechs Chip-Triebwerke kam, die er in Richtung des Boosters feuerten. Zusätzlich begann der Booster zu diesem Zeitpunkt seinen Flip. Dieses Manöver dreht den Booster mit seinen Triebwerken der Flugrichtung entgegen, um einen Boost-Back-Burn einzuleiten. Rein theoretisch wäre es jetzt am effizientesten, alle 33 Raptor-Triebwerke am Booster zu zünden. Da die äußeren 20 Triebwerke aber ihre Zündeinrichtung in der Stage Zero, also am Startplatz haben, ist das nur mit den inneren 13 möglich. Beim Starten der zusätzlichen 10 Triebwerke muss dann bereits etwas falsch gelaufen sein, denn nicht alle inneren Triebwerke zünden oder zumindest unregelmäßig. Das sieht man auch sehr gut auf einem synchronisierten Zusammenschnitt der SpaceX-Aufnahmen durch Chris von Schiffersoft. Vielen Dank dafür. Eines der Triebwerke zündet erst leicht verzögert und das zehnte, das letzte, das zündet gar nicht. Vielleicht war der Abgas-Push durch das Starship, durch die Starship-Oberstufe doch zu stark und so kam es zu einem Treibstoffabriss in der Zuleitung im Booster oder diese Raptor-Triebwerke waren nach der langen Brennzeit des Boosters doch schon am Ende. Wir wissen es aktuell nicht. Im Space Extreme können ab diesem Zeitpunkt ganz klar Lichtblitze ausgemacht werden, die für mich auf hochenergetische Events hindeuten. Die Geschwindigkeit, die nimmt klar ab, was für ein Boost-Back aber auch zu erwarten ist, der soll ja gerade die horizontale Geschwindigkeit aus dem Booster nehmen. Trotzdem scheint der Booster ab dem Flip zu kämpfen und schließlich mit einer Explosion aufzugeben. Wenn man das Video stark verlangsamt, dann passiert das offenbar relativ weit oben im Booster im Bereich des Methan-Tanks. Ob das eine automatische Sprengung des Flugabbruchsystems war, das können wir aktuell noch nicht sagen. Das hat sich SpaceX nämlich noch nicht geäußert. Da es mit diesen Problemen beim ersten Flug Probleme gab, halte ich es für plausibel, dass vielleicht SpaceX intern die Ansage ausgegeben hat, keine Statements zum Flugabbruchsystem. Aber wer weiß. SpaceX selbst sagt nur, es sei zu einer außerplanmäßigen Demontage des Boosters gekommen. Der Abbruch des Boosterflugs erfolgte laut SpaceX nach dreieinhalb Minuten Flugzeit in einer Höhe von mehr als 90 Kilometer über dem Golf von Mexiko. Auf Wetterradar-Aufnahmen, die Jonathan McDowell auf X geteilt hat, kann man klar den Trümmerregen des Boosters in der Sperrzone erkennen. Bis zu diesem Punkt gab es am Boosterflug, soweit ich das bisher beurteilen kann, keine klar erkennbaren Sicherheitsmängel, die dann einen erneuten Flug in absehbarer Zeit vielleicht verhindern könnten. Bevor wir zur Oberstufe zurückkehren, das Ende des Boosters, das ist für den einen oder anderen vielleicht eine traurige schwarze Angelegenheit. Und das bringt uns zu Black Friday. Ja, wir hauen dieses Jahr wieder ordentlich Rabatte für Senkrechtstarter-Merchandise raus. Also, wenn ihr noch coole Weihnachtsgeschenke braucht, bis zum Dienstagabend, den 28.11. bis 23.59 Uhr gibt es die Senkrechtstarter-Black Friday-Rabatte. Link ist unter dem Video. Zurück zur Starship-Oberstufe. Wie eben schon erwähnt, haben alle sechs Raptor-Triebwerke der zweiten Stufe des Starships gefeuert. Sie wurden dann auch mit 100 Kilometern Höhe die offizielle Grenze zum Weltraum überschritten. Starship ist damit zwar noch keine Orbitalrakete, aber immerhin Weltraum erprobt. Fun Fact, mit Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy ist das Starship jetzt schon die vierte Rakete, die höher fliegt als die New Shepard von Blue Origin. Und der nächste Fun Fact, Blue Origin wurde von Amazon-Gründer Jeff Bezos bereits im September 2000 gegründet und ist damit schon anderthalb Jahre älter als SpaceX, das im März 2002 gegründet wurde. Laut SpaceX erreichte das Starship mit über acht Minuten Flugzeit fast seine volle Brenndauer für diesen Flug. Laut SpaceX verlor man dann aber kurz vorher die Telemetrie und die Raptor, die schalteten sich dann ab. Ganz interessant vielleicht, vor dem Start sagte SpaceX, dass auf diesem Flug Starlink für die Video- und Telemetrieübertragung der Rakete mitverwendet wird. Nicht ganz klar geht aus dem SpaceX-Statement hervor, ob das Starship aktiv zerstört wurde oder das Chip die Zerstörung automatisch ausgelöst hat. Ich würde jetzt auf letzteres tippen. Im SpaceX-Film, da meine ich eine Explosion auszumachen, aber das ist bei dieser Auflösung reine Spekulation. Bei einer Höhe von etwa 150 Kilometern und einer Geschwindigkeit von ca. 24.000 Kilometern pro Stunde müssen die Überreste auf jeden Fall relativ weit geflogen sein. Wie Felix von What About It berichtet hatte, wurde vor Puerto Rico wohl tatsächlich der Wiedereintritt beobachtet. Sogar die abgerissene Nutzlastverkleidung konnte man nach dem Auseinanderbrechen des Starships von Boden aus mit dem richtigen Equipment beobachten. Unbedingt auf dem Kanal von Astronomy Live vorbeischauen. Hier gibt es die volle Aufnahme, wo sehr gut zu erkennen ist, wie der vordere Teil des Starships außer Kontrolle trudelt. Link ist unter dem Video. Auch von dem Trümmerregen der Oberstufe gab es dann Wetterradaraufnahmen. Soweit wir bisher wissen, wurde kein bewohntes Gebiet getroffen. Trotzdem könnte der Starship-Flug und sein unvermittelter Abbruch, also jetzt von der Oberstufe, vielleicht noch eine Wundertüte für Folgestartgenehmigungen bereithalten. Aber dies ebenfalls reine Spekulation auf sehr limitärer Datengrundlage. Ja, das Bild ist auch bei SpaceX noch nicht komplett. SpaceX schreibt selbst, die Auswertung der Daten sei noch nicht abgeschlossen und wird noch etwas brauchen. SpaceX bedankt sich im offiziellen Statement natürlich bei seinen Kunden, der Gemeinde Cameron County, in der ja die Starbase steht, bei unseren Raumfahrtfans und der gesamten Community für die anhaltende Unterstützung und Ermutigung. Ich würde sagen, da dürfen wir uns wirklich alle tatsächlich gerade angesprochen fühlen. Sehr cool. Wir bedanken uns natürlich auch bei SpaceX für die exzellente Show. Gerne wieder. Bevor wir in meine abschließende Beurteilung gehen, hier wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch, da wird es den Gerichtsstart da wirklich nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön gibt es ja alle meine Videos vorab für euch und ohne Werbung. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die deutschen Sprache um für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Für den Flug gab es natürlich viele Glückwünsche. Einer der wichtigsten vermutlich der von NASA-Administrator Bill Nelson. Er richtet herzliche Glückwünsche an die Teams, die bei dem Flugtest Fortschritte gemacht haben und ergänzt, dass die Raumfahrt ein kühnes Abenteuer ist, das Einsatzbereitschaft und mutige Innovationen erfordert. Der Test sei eine Gelegenheit, um zu lernen und dann wieder zu fliegen. Er schließt mit den Worten, dass die NASA und SpaceX gemeinsam die Menschheit zum Mond, Mars und darüber hinaus bringen werden. Ich denke, insgesamt sollten wir den Testflug entgegen vieler Pressestimmen als Erfolg werten. Das Ziel dieses Tests war es ja nicht, alle theoretisch möglichen Meilensteine zu erreichen. Hauptsächlich ging es um die Erfassung von Daten sowie die Erprobung der Rakete und ihrer Teilsysteme. Ja, die neue Stufentrennung, die war eine große Änderung und ein gewisses Risiko bei einem so weit fortgeschrittenen Programm. Und die hat ganz offensichtlich gut funktioniert. Ob es dabei bleibt? Bei SpaceX und Elon Musk weiß man nie. Risikoscheu sind die ja bekanntlich nicht. Aus dem Fehler mit dem Startpad hat man nach dem ersten Flug sehr, sehr schnell gelernt. Den aktuellen Bildern nach zu urteilen, funktioniert das neue Kühlkonzept der Startrampe sehr, sehr gut. Außerdem sollte der Mythos, dass jede Startanlage eine Flametrange, also so ein Kanal braucht, vielleicht wirklich der Vergangenheit angehören. Laut SpaceX wurden hier übrigens 260.000 Gallonen Wasser eingesetzt. Das sind gut 980 Tonnen. Vermutlich SpaceX wichtigster Punkt. Sie schreiben selbst, was bei diesem zweiten Flug gemacht wurde, das wird unschätzbare Daten für die weitere rasche Entwicklung des Starship-Systems liefern. SpaceX verfolgt ja einen speziellen Entwicklungsansatz, der eher an Softwareentwicklung erinnert als an große traditionelle Raumfahrtprojekte, wo ja nichts schief gehen darf. Jetzt bleibt die Frage, wann SpaceX denn das Starship erneut starten wird. Hardware ist ja vorhanden. SpaceX sagt selbst im offiziellen Statement, das Starbase-Themen, das befindet sich gerade schon in den letzten Vorbereitungen für den dritten Flugtest des Starships. Der nächste Schritt zu einem dritten Start, der sei die statische Zündung von Schiff und Booster. Ja, bleibt die große Unbekannte nach einer neuen Startgenehmigung, aber da sogar nach dem doch eher wilden Ausgang des ersten Testflugs gerade einmal sieben Monate vergangen sind und der zweite Flug ja deutlich reifer ausgesehen hat, gehe ich eigentlich davon aus, dass eine, ja klar, wieder notwendige Untersuchung des Starts durch SpaceX in Zusammenarbeit mit der FE deutlich schneller zu einer neuen Starterlaubnis führen wird. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass keine größeren Designfehler jetzt zutage treten und die vorhandene Hardware für einen noch erfolgreicheren Flug vorbereitet werden kann. Elon Musk selbst sagt, Booster 10 und Chip 28 sollten in den nächsten Wochen loslegen und dann vermutlich im ersten Verteil 2024 starten. Die inoffizielle Elon-Time-Regel sagt ja, den Zeitraum mit drei multiplizieren. Aber ich bin optimistisch, zumindest nach so einem tollen Start und ja, ich werfe da mal kurz einen Blick in meine Glaskugel und ich lehne mich da ziemlich weit aus dem Fenster. Meiner Meinung nach wird es keine drei Monate dauern und das Starship startet erneut. Was meinst denn du? Schreib mir und den anderen doch gern in den Kommentaren. Ich hoffe, meine Startzusammenfassung und Analyse hat dir gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich glaube, nach diesem Start kann man mehr denn je sagen, die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön säkerisch bleiben. Dein Mo. Dein Mo.